Musik Guten Morgen liebe Nationen, das hier wird heute mein 5000er Spezial. Viele von euch wollten nämlich immer mal wissen, wer so die Schreiheldse bei uns im Hause sind, wenn ich meine Videos drehe und dann hört ihr im Hintergrund immer, Louis und Heidi sind am 19. Oktober zu uns gekommen und sie sind noch kein Paar, aber sie verstehen sich schon recht gut. Naja, ab und zu gibt es noch ein bisschen Futterneid, aber das ist halt vollkommen normal. Jetzt wollt ihr die beiden mal sehen. So, da sind unsere Bagger Lui. Das da oben ist Heidi. Das ist Titi, die immer am lautesten schreit. Und da hinten am Futterlapp, da ist der Louis. Und jetzt sind sie natürlich total still, weil jetzt haben sie Aufmerksamkeit. Jetzt ist der Papa da und dann wird nicht geredet. So, nachdem ihr nun die Bagger Louten gesehen habt und möchte ich jetzt mit euch ein Video drehen und zwar bereite ich jetzt einmal das Alva-Video vor und damit ihr mal seht, was so alles zu tun ist, bevor überhaupt ein Dreh startet, zeige ich euch das jetzt hier mal im Schneiderflau. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.